Ich habe meinen Teil der Vertragsbedingungen erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Und damit das klar ist, ich bestehe auf meinen Anspruch. Außerdem rauche ich nicht. Nee, danke. Setzen Sie sich doch. Ja. Oh. Und, was ist denn genau passiert? Ach, da ist so einiges schief gelaufen. Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn erreichen kann? Nee, ich weiß ja nicht, wo der... Ach, hier übrigens, das ist Kalle. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles ist nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte das nicht. Alles ist sicher. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.